Das Porsche-Entwicklungszentrum. Hier darf eigentlich niemand rein. Eigentlich. Denn nur für Grip macht der Sportwagenbauer heute eine Ausnahme. So liebe Freunde des gepflegten Motorsports, herzlich willkommen. Wir sind in Weissach bei Porsche und zwar aus einem einzigen Grund. Matze Malmedi will endlich einen echten Erlkönig fahren, der noch nicht auf dem Markt ist. Und genau das ist das, was heute hoffentlich passieren wird. Wir gehen jetzt mal rein, treffen Lars Kerden innen drin und ich mache ein schönes Praktikum als Testfahrer. Mahlzeit. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Lars, grüß dich. Willkommen in Weissach. Ich darf heute ein Praktikum machen. Richtig. Wo sind die Erlkönige? Ganz ruhig bleiben. Ich bin ganz ruhig, aber ich will ja fahren. Ganz ruhig bleiben. Erst mal hier bei der Frau Kohl anmelden, Handy abgeben und dann fangen wir langsam an. Und dann kriege ich einen Schlüssel. Dann freue ich dich auf dem Tablet einmal eine Unterschrift für die Geheimhaltungserklärung mit dem Stift. Ja, mit dem Stift, natürlich mit dem Stift. Rechts oben dann bestätigen. Und habe ich jetzt den Elfer schon gekauft? Ja, einmal nicht. Noch nicht? Okay. Das Handy müssten Sie bitte einschließen. Bei uns sind fotofähige Geräte im Werk nicht erlaubt. Der, das kann keine Fotos machen. Das hat keine Kamera. Doch, ich glaube schon. Dann müssen Sie bitte einschließen hinter Ihnen. Da muss er da ausmachen. Jetzt dürfen Sie da mitnehmen. Und das ist Ihr Ausweis. Alles klar. Vielen Dank. Bitte schön. Tschüss. So, alles erledigt? Auf dem Ausweis stehe ich als Ansprechpartner. Ich brauche schon nicht meinen, wenn ich mal nicht dabei bin, dass du dann hier machen kannst, was du möchtest. Los geht's. So, jetzt gehen wir zu den Autos, ne? Noch nicht ganz. Grund für die strengen Sicherheitsmaßnahmen. Erdkönige sind die bestgemüteten Geheimnisse der Autoindustrie. Bevor ein neues Modell auf den Markt kommt, testet Porsche weltweit unter Extrembedingungen. Und dabei müssen die Prototypen unbedingt von neugierigen Blicken, von Konkurrenz und Presse geschützt werden. Maximale Tarnung ist absolute Pflicht. Also, was ich ja schon krass finde, Lars, ist, dass ihr uns hier heute reinlasst. Weil, du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Wir kommen ja wirklich ins Heiligste rein. Wo normalerweise Kamerateams, du musst ja selbst mein Handy abgeben. Genau. Kamerateams kommen hier schon gar nicht rein. Ja. Lars Kern ist der Rekordfahrer. Er hält immer noch den aktuellen Streckenrekord auf dem Nürburgring mit Serienfahrzeugen. Und der wird mich heute begleiten. Alter Schwede, das ist einfach nur das verdammte Paradies, Leute. Weiter laufen. Weiter laufen. Du musst das Heck zeigen. Weiter laufen, weiter laufen. Oh Gott, oh Gott. Also ich meine, ist das jetzt wirklich so, dass wir das nicht sehen dürfen und wir müssen es quasi verpixeln? Ja. Ist so? Ja. Ja, auch das. Nein, nicht umdrehen. Das. Hier geht's weiter. Jetzt erste Station. Ist fahren. Leider nein. Leichte Nervung. Also Entwicklung heißt nicht nur Autofahren. Ja. Du musst dir vorstellen, bevor überhaupt irgendwie ein Auto gebaut wird oder angefangen wird, fängt quasi mit einem weißen Blatt Papier an. Und dann braucht man erstmal ein Design für so ein Auto. Und das passiert hier. Aber nicht mal Lars darf durch die Hochsicherheitsschleuse zur Designabteilung. Darin entwickeln Designchef Michael Mauer und sein Team die Ideen für künftige Modelle. Dann geh ich jetzt rein und hol den Michael raus. Probier's. Na, probier das mal. Da hinten ist er. Mahlzeit. Ich weiß nicht, so Halbherzen müssen wir haben. Hallo. Kannst du mir ein bisschen was zeigen? Ja klar. Ja klar. Ja klar. Okay, wo geht's lang? Wir gehen in die Halle. Da stehen unsere neuesten Modelle unter einer schönen Abdeckung. Ich meine, die ganzen Präsentationen von neuen Modellen und so, die beginnen immer dort erstmal im VR. Und dann gehst du in die Halle, da sind die physischen Modelle. Aber wem wird das da präsentiert? Dem Vorstand. Dem Vorstand. Dem Vorstand. Also ich bin jetzt gleich der Vorstand und darf mir irgendwas Neues aussuchen. Und sagen, ob ich's gut finde oder nicht. Äh, ja, also sagen wir mal so. Der Vorstand glaubt auch immer, er kann irgendwas aussuchen. Dürfen wir da bitte irgendwas wegziehen? So, jetzt. Was ist das für eine riesen Frittentheke? Da bleiben wir hier. Hier bleiben. Es sind jetzt gleich zwei, die sagen hier bleiben. Das, was wir hier heute sehen dürfen, ist schon eine große Nummer. Krass. Wir sind gar nicht durch, Michael, weil das Highlight überhaupt, das ist ja noch da. Wenn da sowas steht und ich dürfte mich rein theoretisch mit Michael unter die Haube stellen. Der Praktikant vom Lars hat ja jetzt noch einen anderen Job, bevor der Vorstand demnächst entscheidet, was für neue Farben wir ins Programm womöglich aufnehmen, soll doch bitte mal der Matthias seinen Eindruck abgeben, seine Meinung abgeben. Matthias will Erlkönig fahren, aber die Auswahl der passenden Farbe zum fertigen Auto gehört auch zum Entwicklungsjob. Was für ein verdammter Traum ist das? In so einem Fahrprogramm musst du ja dann immer abwägen zwischen auch unterschiedlichen Märkten. Also das ist jetzt, das sind so Farben, die halt vor allem im asiatischen Markt gut gehen. Aubergine-Farben. Frozen Blue, Metallic, gibt's auf dem Taycan. Superschöne Farbe. Und hier ist die Frage auch auf die großen oder eher nicht. Ich meine, diese ganzen Farbenmusterautos sind auch händisch lackiert. Was das alleine für die Kohle ist, die hier auf dem Hof steht. Nur um sich über Farben zu unterhalten. Matthias im Candy Shop. So sieht es hier jedenfalls aus. Also ihr möchtet euch ja ungern stören, aber eigentlich beginnt jetzt gleich die Spätschicht. Und unser... Ich muss fahren. Genau, richtig. Du musst eigentlich Autofahren. Ja, aber wir haben die Elfer noch nicht gesehen. Ja, jetzt gehen wir doch einmal schnell entlang. Sorry, Lars, aber wir haben hier auch was zu tun, ne? Da stehen vier Autos, die ich wirklich, wirklich grenzwertig finde. Und du kannst dir, glaube ich, vorstellen, um welche Fahrzeuge es sich handelt. Aber das sieht aus... Bei den Vor sind wir uns mal einig, das ist der Hammer. Das sieht aus, nee, das sieht gar nicht aus. Das sieht aus wie eine Folie. Das sieht aus wie beim Folierer für 1.250 Euro vom Hof gefahren. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Zu welchen Folierern gehst denn du? Hier sag ich ja. Wenn du bei einem Billigfolierer vom Hof fährst, dann sieht das so aus. Lassen Sie mal, kriege ich gleich eine. Auf den ersten Blick siehst du die vier hier und denkst dir, okay, irgendwelche bunten Lutschbomben aus. Aber jetzt guck mal, ich mein, ein 7, 18, ein Boxster. Da mal ein, zwei ganz frische, peppige Farben zu bringen. Ich hatte als 16-Jähriger, glaube ich, damals war das in sich, die Hosen zu färben. Da hatte ich irgendwie eine weiße Hose und die habe ich mir so türkis gefärbt. Das war genau der Ton, deswegen für mich nicht. Wahrscheinlich habe ich damals so, irgendwo bist du mal im Jahr vorbeigelaufen und habe ich gedacht, guck mal. Geile Farbe. Der Typ hat eine geile Hose. Der Typ ist ja schon komisch auf die Hose. Also der da hinten, Oberkracher. Hier dieser Baby-Help-Blauschlamm. Ich weiß, das ist wie im Kinderparadies hier für euch. Erwachsene-Paradies. Wir wollten was arbeiten. Die Schicht fängt halt an und wir wollten uns um das Thema Erlkönige noch kümmern. Wie entsteht ein Erlkönig? Wie wird er getarnt? Dafür gehen wir in den Konzeptbau. Ich würde sagen, wir bedanken uns bei Michael. Michael, danke dir. Ciao. Ich bin gespannt, ob der Vorstand meinen Vorschlägen folgen wird. Ich werde es dich wissen lassen. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Das ist das gleiche Gebäude, aber hier unten wird quasi der Erlkönig geboren. Korrekt. Also prinzipiell, ich meine, oben hast du jetzt mal gesehen, wie so ein Auto gestaltet wird. Solche Themen hier unten schauen wir uns eher das Thema Tarnung an. Du kamst vorhin als erstes und hast gesagt, wo sind die Erlkönige. Hier siehst du, wie so ein Erlkönig entsteht, wie eine Tarnung entsteht. Und das schauen wir uns jetzt einfach gemeinsam mal an. Ich nehme an, die Tür ist offen. Die Tür ist wirklich offen. Warum ist die Tür offen? Die wissen, dass du kommst. Ja, genau. Die haben alles anderes schon wegräumt. So, jetzt kommen wir doch langsam. Hier ist alles irgendwie abgetarnt. Hier ist schön Folie oben drauf. Was kann ich da mal drunter gucken? Nein, da? Nein, 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 nein. Einfach durchlaufen. Sporttourismus gefällt mir ja sehr, sehr gut, ne? Hier haben wir was für dich vorbereitet. Serienauto. Genau. Sieht aus wie ein neuer Macan. Ist ja auch ein neuer Macan. Korrekt, richtig. Der Sinn bei der Tarnerei ist immer quasi das Vorgängermodell zu kopieren. Und das probieren wir jetzt hier einfach mal. Wie gesagt, jetzt neuer Macan. Jetzt holen wir mal die Tarnung aus dem Kofferraum und machen aus dem neuen Macan mal ein Vorgängermodell. Ja, okay. Und jetzt an dem Auto können wir es zeigen, weil alles schon, die ganze Welt weiß, wie das Auto aussieht. Korrekt. Und deswegen können wir, okay. Krass. So, kleben wir mal die linke Rückleuchte. Also man denkt ja immer, dass das so eine Billungfolie ist, ne? Aber das ist halt ein Porsche-gefertigtes Teil, was eine Flexibilität hat, dass es halt schön zu handeln ist. Steht irgendein Aufkleber drauf, Tarnung hinten links, Farbe, Glanz, Schwarz, 0,41. Alles klar. Ja, also ich find's verwunderlich. Normalerweise kennt man R-Könige natürlich nur mit diesem Zebra-Look irgendwie die psychodelische Muster, wo du so denkst, wenn du das Auto siehst. Aber es ist natürlich schlau zu sagen, hör mal, wir kleben die wichtigen Teile ab, sodass erstmal kein Fotograf auf die Idee kommt, das Ding zu fotografieren. Jetzt sieht er aus wie der alte Macan. Also fast. Und das macht ihr dann rund ums Auto komplett. Also bei einem vollverkleideten ist dann das hier auch noch weg und dann habt ihr ja manchmal auch hier nur so, wie sagt man, so Vlies drauf. Das kommt einfach drauf an, welche Designmerkmale neu sind und welche man eben verschleiern muss. Wie gesagt, jetzt beim Macan war eben dieses durchgehende Leuchtenband, was man eben so lange wie möglich geheim behalten wollte. Deswegen hat man quasi die Rückscheinwerfer so kaschiert. Okay, Lars, du hast mir versprochen, dass ich heute einen Prototyp fahren darf, einen Erlkönig. Ja, korrekt. Wo? Wann? Diese Richtung. Da lang. So, das ist jetzt mein Auto. Korrekt, richtig. Das ist ein echter Erlkönig. Das Auto ist noch nicht auf dem Markt. Korrekt. Das ist der neue Panamera Facelift. Produktaufwertung nennen wir es. Produktaufwertung, okay. Das Auto, jetzt wo wir drehen, ist es noch lange nicht auf dem Markt. Wir haben gesagt, wenn wir ausstrahlen, also jetzt in diesem Moment gibt es das Auto auch noch nicht. Erst in zwei Wochen wird gezeigt, wie er wirklich aussieht. Zu konkret. Darfst du jetzt drüber sagen. Genau, richtig. Das Auto ist abgeklebt, das ist noch nicht auf dem Markt. Keiner kennt das Auto, so wie es da steht. Auch ich habe es nicht gesehen, weil es abgeklebt ist. Klar bin ich jetzt Porsche Testfahrer, Praktikant. Aber der sieht jetzt aus wie der Vorgänger eigentlich, ne? Genau, das ist aber auch ein bisschen der Hintergrund, wie wir es uns vorhin am Makan angeschaut haben. Auch hier wird das Auto so gezahnt, dass es so aussieht wie der Vorgänger. Das ist ja tatsächlich relativ rough gemacht. Das hier habt ihr jetzt selber schon gemacht und das ist halt einfach irgendwie festgetapet. Also das kann ich auch. Mit Blasen und so, ne? Mit Blasenbildung. Bitteschön. So, das muss jetzt, warte mal, ich gucke mir das einmal kurz auf der anderen Seite an. Da muss das hin. Ander. Ist das schon richtig rum? Ja, muss ja so sein. Ja, das kann jetzt richtig peinlich werden. So, ich geh das mal da so hin. Das wird jetzt schöner als vorher. Komm her. So macht man das bei Elkönig. Das ist einfach egal. Es darf einfach nicht erkennbar sein, wie es wirklich aussieht, aber es geht nicht um Schönheit. Aber dann ist der jetzt fertig. Ja. Der ist abgenommen. Ja. Ich kann losfahren. Ja. Zwei Fragen habe ich. Klar. Warum ist das Lenkrad abgedeckt? Weil neu und weil getan. Darf ich, ich muss es ja abmachen, ne? Das heißt, der muss jetzt, du darfst da nicht hinfilmen. Ja. Das macht Sinn. Das macht keinen Sinn. Sieht aber extrem gut aus. Und damit kommen wir zu meiner zweiten Frage. Warum ist hier ein reifem Profiltiefenmesser drin? Weil wir wissen, dass du heute mit dem Auto fährst. Wenn dir irgendwas auffällt jetzt beim Fahren, betätige den Trigger. Was für den Trigger? Das ist das Kästchen da drüben. Das Kästchen? Das Kästchen, genau. Das hat einen roten Knopf. Ja, sehe ich. Wenn du jetzt eine Schaltung hast, wo du sagst, die war jetzt nicht so super oder die Gasannahme war schlecht. Okay. Draufdrücken und merken. Und heute Abend. Dann zeichnet das Auto alle Daten, oder der Computer zeichnet alle Daten auf, die zwei Minuten vorher und zwei Minuten danach passiert sind. Genau. Damit er dann nachher gucken kann, warum ist das passiert, was meinte der Idiot? Korrekt. Okay. Also ich bin jetzt richtig Testfahrer. Du bist heute so richtig Testfahrer. Ich fahr vor dir weg. Okay. Und du folgst bitte unauffällig. Ja. Wenn der Klang gut ist, kann ich das schon mal draufdrücken auf den Trigger? Ja, mach ich einfach. Klang gut. Ja, dann rufen wir den Lars doch mal an, oder? Ja, Herr Praktikant. Herr Praktikant, Herr Schen. Ehrlich gesagt, Lars, für mich ist das eine riesengroße Ehre und für mich geht echt ein Traum in Erfüllung, ne? Ja, du wirst sehen. Es macht schon, es macht Spaß. Es ist eine tolle Arbeit, aber es ist wirklich Arbeit. 0 auf 100 dürfen wir nicht sagen. Vmax dürfen wir auch noch nicht sagen. Außer schnell. Über 300. Preis? Teuer. Okay, jetzt habe ich gerade was gehabt, was ich gerne loggen würde. Soll ich dir sagen was mal? Ja, sprech. Also wir sind durch den Kreisverkehr gefahren und das Auto hat, glaube ich, in dritten Gang geschaltet und aus dem Kreisverkehr raus hätte ich lieber den zweiten gerne gehabt, im Kreisverkehr. Es ist gut, sowas zu notieren und die Jungs zum Beispiel in Weißach, die würden sich das jetzt anschauen oder werden sich das anschauen. Müssen sie, weil ich habe ja einen roten Knopf gedrückt, ne? Oh Gott, hört sich das gut an. Ja, das war ein typischer Malverdienst. Ja, sorry, aber deswegen macht ihr das Geräusch ja so. Genauso für so Typen, wie ich einer bin. Das ganze, so Dauerfahrbetrieb oder Dauererprobung, das findet im Dreischichtbetrieb statt, gibt quasi für jede Schicht eine definierte Strecke und dann fährt das Auto im besten Fall im Schnitt am Tag 1500 Kilometer. Genau, getankt und quasi die regelmäßigen Checks. Wir prüfen die Autos so ab, dass kein Kunde jemals quasi in die Situation kommen kann, so brutal mit dem Auto zu fahren. Zum Beispiel, dass wir in Nardo auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke eine komplette Tankfüllung mit Volllast leer fahren. Da fahrt ihr einen kompletten Tank mit Vollgas? Genau, aber da gibt es wieder verschiedene Programme, die man dort fährt. Warte, bevor du weiter erklärst, wie lange dauert das, bis der Tank leer ist? Gar nicht mal so lang. Also, ich würde mal schätzen, maximal eine Stunde. Als weniger. Okay, alles klar, keine weiteren Fragen. So, Mittagspause sei dir gewährt. Yes. Aber du musst natürlich dein Auto abplanen, wie es für den Testfahrer gehört. Wie abplanen? Also Auto wieder aufschließen, Innenraum tarnen. Ach so, ich muss das Lenkrad jetzt tarnen oder was? Ja. Und dann die Plane übers Auto. Verhüterli. Gehört nicht so, sondern übers Lenkrad oder was? Richtig, genau. Also, das kommt übers Lenkrad. Dann können wir essen gehen, oder? Ja, aber jetzt müssen wir erst mal was arbeiten noch hier. Was machst du mit der Antenne? Abschrauben. Warum? Sonst passt die Plane nicht drüber. Ach so, wir müssen den komplett abdecken. Komplett. Korrekt. Warum? Wir fahren die ganze Zeit damit durch die Gegend. Aber hier könnten sich natürlich jemanden jetzt am Auto zu schaffen machen, beziehungsweise das Fahrzeug detailliert betrachten. Und deswegen... Das wollen wir nicht. Aber schließen. Jetzt können wir essen gehen. Der hat Insolvenz angemeldet. Okay, das ist auch Testfahreralltag. Dann können wir jetzt das Ding wieder enthüllen. Ist ja auch ein schöner Moment. Letzte Frage, Lars. Traumjob Testfahrer. Ist das ein Traumjob? Ja, für jemand, der Auto begeistert ist und sich ja Technologie begeistert ist und sich in das Thema reinfuchsen möchte, auf jeden Fall. Es ist aber eben nicht, ich sag jetzt mal, der Job. Ich meine, man darf nie über seine Arbeit reden. Alles passiert top secret. Man muss alles für sich behalten. Da tun sich sicherlich auch manche Leute schwer. Darfst du mit deiner Frau nicht darüber reden, was du arbeitest? Ich darf schon mit ihr darüber reden, was ich arbeite. Aber ich darf hier keine, ich sag jetzt mal, fahrzeugspezifischen oder geheimhaltungsspezifischen Dinge sagen. Der Pinroy fährt zurück ins Entwicklungszentrum. Lars hat doch noch zu tun. Ob er Matthias mit den Erlkönigen alleine lässt? Ich bin raus. Ich habe jetzt noch einen Termin. Wir sehen uns später. Das ist heute Morgen. Lief ganz okay, glaube ich. Ich glaube, ich kann dir vertrauen. Den Schlüssel kriegst du nachher von Ben. Ben, du übernimmst ihn jetzt. Nimm ihn bitte in Mann Deckung. Ich mach schon nichts. Guck wirklich nach ihm, dass er sich an die Sicherheits- und Geheimhaltungsvorschriften hält. Und dann erwarte ich nachher ein gutes Ergebnis von dir, von deiner Dauerlauffahrt. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Okay. Lauf, ciao. Bis später. Welcher Prüfstand gehört uns? Ach so. Wieder? Jawohl. Ja komm. Alter, ist aber massiv. Ja. Da soll ja auch im Fall des Falles nichts passieren. Gut. Und da ist jetzt Panamera-Antriebsstrang dran. Da ist ein kompletter Antriebsstrang vom Panamera. Läuft jetzt gerade nicht. Morgen die Herren. Wir würden unser eigenes Wort nicht verstehen, wenn der jetzt Vollgas laufen würde. Aber der läuft rund um die Uhr. Und das kann dir am besten der Gregor erzählen. Das ist hier der Chef. Grüß dich. Moin. Matthias. Wie lange fährt der hier maximal auf so einem Ding, auf so einem Prüfstand? Wenn wir hier so einen großen Zyklen-Dauerlauf haben, dann fährt der schon mehrere Monate. Mehrere Monate? Am Stück fährt der hier durch? Ja, das fährt dann immer wieder am Stück durch. Also ich habe gesehen, wir sind vorhin an Leitungen vorbeigelaufen. Da sind so vier so wirklich richtig große Leitungen, wo Fett-Kraftstoff-Zufuhr draufsteht. Also was hier verbrannt wird, will ich gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Aber das ist Kraft. Etwas weiter in der digitalen Entwicklung kann man bereits Autos testen, wie es erst in einigen Jahren gibt. Matthias zieht es wieder zu den echten Erlkönigen. Ben macht vorher noch etwas Wind. Windkanal. Ach du Schande, ist das groß, Alter. Einer der größten, einer der modernsten Windkanäle der Welt. Also ganz ehrlich, Ben, was wir heute alles gucken dürfen bei euch, ne? Das ist schon, das ist richtig cool. Hier, ganz links bitte. Da ist die Tür. Alter Schwede. Ach du Schande. So ein bisschen wie der Föhn zu Hause, nur ein bisschen größer. Alter! Acht Meter. Was ist das bitte? 9300 PS. Alter! Ey, das ist hier, kannst du einen neuen James-Bond-Film drehen, ne? In dem Ding. Und dann wird hier der Bösewicht, hier kommt der dann durchgeflogen und wird einmal komplett in 256 Einzelteile hier durchgesiebt. Sehr, sehr seltsam. Ich sehe diesen neuen... Und ab hier wird gepixelt. Ich brauche noch ein paar Daten raus. Leistung? Viel. Maximales Drehmoment? Auch. Höchst Drehzahl? Oh, ja. Turbo? Fragezeichen? Sauger? Du sagst gar nichts, ne? Wir könnten jetzt rein theoretisch mal den Windkanal anschmeißen und mal 300 fahren, ne? Wir sollten vorher rausgehen, weil sonst heißt Malmedie vom Winde verwegt. Aber könnte ich mich nicht vielleicht reinsetzen, während wir 300 fahren? Was sind das für Fragen? Komm, wir gehen raus. Geht nicht, also? War das die Antwort? Wenn ihr früher fertig seid, ne? Ruft mich an, ich komme vorbei, hol ein Amp. Machen wir. Okay. So, Ben, was machen wir jetzt? Es wird gearbeitet. Lars hatte doch noch ein paar Aufgaben für dich. Genau, ich muss fahren, ja. Dauerlauf, Panamera. Los. Und zwar Spezial. Der Spezialauftrag findet auf dem Testgelände eines Automobil-Zusieferers statt. Hier darf Matthias seinen getarnten Porsche Panamera R-König heftig rannehmen. So, der Lars hat mir ein sehr entspanntes Testprozedere mitgegeben, was ich hier auf dem Bosch-Testkalender erledigen soll. Er hat gesagt, Matthias, denk dir einfach ein paar Sachen aus, die du wichtig findest. Und ich weiß ja, bei dir soll es immer ein bisschen qualmen, ne? Ja, finde ich ganz gut. Eine Sache hat er mir mitgegeben, die ich unbedingt machen soll, und das sind 20 Launch-Control-Starts. Das ist unfassbar. Das geht so extrem aufs Material. Also bei unseren Dreharbeiten machen wir vielleicht maximal fünf Launch-Control-Starts hintereinander. Einmal von vorne filmen, einmal von der Seite, einmal von hinten. Und dann sind das irgendwie fünf insgesamt. Weil das so heftig aufs Material geht, dass wir immer sagen, nee, komm, wir schonen die Autos. Lassen wir lieber, haben wir genug gemacht. Der Lars will, dass ich 20 mache. Ich bin sehr gespannt, ob sich das aushält. Vor allen Dingen im Vorserien-Stadium. Aber ich sag mal so, ich schätze mal, der Lars hat sich das ganz gut überlegt. Weil der kennt mich ja, ne? Okay, ich stell mich mal hier hin. Dann machen wir mal den ersten. Ja. Das ist 1000. Boah! Alter! Puh! Flügel fährt aus. Wir haben 160 drauf. Alter Schwede geht das schnell. Ach du Schande, 200! Ey, das ist ja ultra heftig. Wie der losgeht, das ist nicht mehr normal. Sie haben ja alles geschärft. Aber den Allradantrieb vor allen Dingen, das merkst du total krass. Der geht noch heftiger zur Sache, wie das vorher der Fall war. Also, Nummer eins. Haben wir? Nummer zwei. Alter! 100! 150! 180! 200! Dann kommt jetzt der 10. Launch Control Start in Folge. Wahrscheinlich habe ich heute Abend im Bett Kopfschmerzen oder mir wird jetzt gleich schlecht. Alter! Ich hab jetzt schon Nackenschmerzen hier. Also, mir ist langsam so ein bisschen schwummrig. Ganz ehrlich. So, jetzt kommt der 15. Launch Control Start. Ohne Quatsch, ne? Aber ich muss ja. Also, ich kann den Lars langsam verstehen, als er gesagt hat, am Ende des Tages ist es halt Arbeit, Matthias. 170, 180, 200. Unfassbar. Ich leg noch einen drauf, Leute. Einen muss er noch mehr können. Er muss einmal mehr die Launch Control Start mehr können, als Lars Kern mir vorbegeben hat, okay? Also, es geht mir körperlich gut, aber ich freue mich wirklich nicht mehr auf den Moment. Da, 922. Kann er auch. 200, 22 Launch Control Starts hintereinander, ohne Pause. Bäm! Also, wenn das keine Bewerbung als Entwicklungsfahrer war, dann weiß ich es auch nicht. Malzeit. 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 Arbeit erledigt. Warte, warte, warte. Ich muss erstmal hier abtarnen, mein Lenkrad. Sehr gut, sehr gut. Das darf ja keiner sehen. Richtig, richtig. So. Jetzt können wir reden. Gut. Alter. Noch was aufgefallen jetzt? Also, was mir aufgefallen ist, das Fahrzeug macht 22 Launch Control Start hintereinander. 22 Bremsungen aus 200 auf 0 wieder runter und direkt wieder den nächsten Launch Control Start. Also, das ist Wahnsinn. Ich hätte mich das nie getraut, quasi in echt. Ja. Okay. Ich habe gedacht, komm, einer muss er noch können und dann musste ich auch wieder zurück, dann waren es zwei mehr. Okay. Als du angesagt hast. Muss ich da jetzt was ausfüllen? Korrekt, genau. Also ein Fahrtenbuch. Alle Kilometer eintragen, alle Betätigungen. Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Traumjob Testfahrer. Ja? Richtig. Danke. Mach's gut. Wenn ihr wen braucht zum Fahren, sehr gerne ruft mich an. Geht's klar. Mach's gut. Ciao. Papierkram. Ich liebe es, Leute. Das hättest du mir vorher sagen müssen, Lars, dass ich das ausfüllen muss. Also, das war mein Praktikum bei Porsche. Das schriftliche eher so eine 5 minus, würde ich sagen. Das praktische 2 plus gebe ich mir jetzt mal selber. Mir hat's ultra viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was ich für Anrufe bekomme, wenn sie die Karre ausgelesen haben. Tschüss.